Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Puckdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Verschütze! Das hier Faden, die beiden Befehl, die ihr seiten! Oh, meinst euch das einfach gelungen! Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen! Nie das terrestliche Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... ist das Feiglinge! Verreicher und Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißt, es da zu entfassend ist! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser glaube ich hält! Jahrelang hat die Führer der Aktionen nur behinkert! Es hat mich jeden nur als bestätigend... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen! Wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein allein aus mich gestellt, ganzer Rapper erobert!